Ja, ich muss sagen, ich habe einfach einen wahnsinnigen Respekt vor ihm auch als Songwriter. Es sind unglaublich tolle Songs. Auch einfach die Message, die er rausschickt und die Art von Melodien, die er schreibt, also die bleiben mir einfach im Kopf. Und für mich ist es eine Ehre, das performen zu dürfen. Das ist wirklich, ja, ich freue mich drauf.